Ja hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich seh schon wieder so lustig aus, beziehungsweise wir machen mich jetzt so. Denn ich dachte mir heute, komm ich will mal wieder mit wie ich mich in einen meiner kreativeren Looks begebe. Habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht und es nur so zum Shizuin hochgeladen oder wenn was Spezielles war. Aber hier sind wir. Heute get ready with me in the Gold-Elfung. Ich weiß nicht, vielleicht für Fasching oder für The Con oder was normale Menschen, die keine Cosplayer sind, vielleicht sonst so tun. Mit, ich weiß auch nicht so genau. Mir war danach, ich habe euch mitgenommen. Vielleicht interessiert es irgendwie. Dieses Intro ist pures Chaos. Ultra super. Ich habe meine Kamera runtergestellt, damit man nicht so den Rand von meinem Hintergrund sieht. Und jetzt sieht man mega meinen Spiegel. Ja, nicht gut. Ich feige trotzdem jetzt mal. Ich greife als erstes zu der Push Art Farbe in der Farbe Gold Shimmer. Das ist einfach goldene wasseraktivierte Farbe. Und damit malen wir jetzt mal mein Hältelein an und mein Dekotee. Weil dann kann es nämlich trocknen, wenn ich Primarns auftrage. Ich hoffe, das reicht erst mal. Ich weiß nicht so genau, wo mein Oberteil endet. Deswegen wusste ich nicht so genau, bis wo ich nicht malen soll. Wir hören jetzt mal hier auf. Beziehungsweise. Ich wollte noch die Tipps von meinen, also die Spitzelchen von meinen Öhrchen anmalen. Ich dachte, das könnte ganz cute aussehen. Dann nehme ich jetzt auch einfach den Pinsel. Man könnte auch einen kleiner nehmen, dann wäre es wahrscheinlich einfacher, aber... So, während mein Hals trocknet, gehen wir jetzt erst mal zu Primer über. Ich mache mir gleich auch eine Kontaktlinsen rein. Allerdings habe ich gemerkt, dass die schon ein bisschen wenig Wasser hatten. Also so Wasser, Kontaktlinsen, Flüssigkeit. Deswegen habe ich jetzt noch mal Flüssigkeit gewechselt und lasse die in der Frische noch mal ein bisschen liegen. Damit es angenehmer fürs Auge ist. Und ich nehme einen Primer, der sehr glowy ist. Und davon eine gute Menge. Aber da habe ich jetzt, außer dass er glowy sein sollte, kein Sonderkriterium oder so benutzt. Wenn man den Look jetzt auch außerhalb auf einer Konde oder zu Fasching oder weiß ich nicht was tragen wollen würde, müsste man vielleicht doch auf einen Primer achten, der so ein bisschen nach der Langlebigkeit guckt. Das war jetzt für mich, dadurch, dass es ja jetzt nur für ein Video ist und ein paar TikToks und so, kein super duper Kriterium. Ich habe den Primer in meiner Sammlung gesehen, also den benutze ich jetzt. Der darf jetzt kurz sitzen. Außerdem sprühen wir noch ein bisschen von dem Catching Clouds Hybrid Milky Face Mist ein bisschen was drüber. Uh, das war zu nah. Und während der ganze Spaß jetzt trocken wird, gehe ich mal meinen Schwammnass machen. Für die Foundation. Weil schon so verhältnismäßig trocken ist, machen wir noch ein winzig kleines Schrittchen, ähm, zwischendrin. Und zwar nehme ich jetzt noch so einen sehr goldenen Primer. Äh... Natürlich ist das ein sehr goldenen Highlighter. Die ist aus der Pac-Man in der Ehe von Essence. Und damit sette ich jetzt quasi noch das Gold. Per se müsste man die nicht setten, aber ich habe diesen Highlighter und ich benutze den viel zu wenig. Ähm... Und ich finde, das passt irgendwie so voll gut. Deswegen tun wir dies jetzt. Ich finde allgemein bei solchen Lux ist es immer voll schön, nochmal so durch seine Sammlung zu gehen und zu sagen, Hey, guck mal, die Produkte kann ich benutzen, das kann ich mal wieder benutzen. Auch so Sachen, die man halt sonst eher seltener benutzt. Dementsprechend baut man dann vielleicht auch Schritte ein, die jetzt nicht nötig sind. Wenn ich mir mein linkes Auge so angucke, stelle ich gerade fest, dass die Kontaktlinsen am Ende ihrer Lebenszeit sind. Die kommen nach dem Video auf jeden Fall weg. Wenn ihr merkt, die sitzen nicht mehr richtig oder die bewegen sich nicht mehr richtig mit oder so, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass sie es geschafft haben. Und da ich kein Schindluder mit meinen Augen tragen möchte, kommt die ja noch weg. Wir machen jetzt erstmal Foundation. Ich bin jetzt einfach mal hier für die Stay Naked Hydromaniac Foundation in der Farbe Ultra Fernschienen. Und da mische ich einen winzig kleinen Möppel von dem Highlighter Elixier von Sleek rein. Hat er auch eine Farbe? She Glow It Glow? She Go... This is a She Got It Glow? Ich glaube, das ist die Farbe. Okay. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, doch keine weiße Lidschattenbase aufzutragen, sondern einfach so mit dem restlichen Concealer noch über meinen Augen wie zu gehen. Einfach damit die Farben vom unteren und vom oberen Wimpernkampf nicht so einen ganz dollen Unterschied haben. War jetzt gerade so eine Impulsreaktion. Ich muss sagen, ich mag meine Elfen-OCs immer sehr glowy. Da sind die Geschmäcker sicher auch ganz unterschiedlich. Aber ihr werdet es gleich merken, bei mir scheinen die zum Schluss richtig... Sie müssen aussehen, als ob sie in Öl gebadet worden wären. Dann ist es in Ordnung. So. Das hat auch schon mal echt gut geklappt. Jetzt kommt der erste Ölbadungsschritt. Ich nehme hier von Revaldo Lube das Illuminating Powder. Das habe ich tatsächlich von der Folgen bekommen, weil das so shiny ist, das kann man bald nicht als normales Puder benutzen. Deswegen nutze ich das. Und ich habe noch so eins von Essens, das ist eigentlich ein Highlighter-Puder, aber in Lose, so holographisch, super gerne für Elfen. Weil das andere aber mehr so holographisch Silber ist, dachte ich mir, nee, das passt jetzt nicht so richtig. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich kann nicht das mal swatchen. Dann wissen Sie, was ich meine. Oh, hier sieht es jetzt gar nicht so schlimm aus. Es hat halt so super viele kleine Glitzerpartikel drinne. Und mir war es auch für ein normales Make-up viel zu doll. Aber hier ist es. Ich mische es am Anfang einfach nochmal mit einem anderen losen Puder von mir, einem matten. Nur so ein bisschen mattes Puder dazu, damit es nicht ganz so doll ist. Ein bisschen besser steuerbar. Kann aber sein, dass ich gleich da nochmal rübergehe mit noch mehr Blitzerpuder. Oh, eins von beidem hatte zu viel Farbe für meine Foundation. Oh, jetzt habe ich da ein bisschen... Hier ist es ein bisschen dunkel jetzt geworden, ne? Kann sein, dass das Illuminating Powder ist. Und das andere ist eigentlich schon für so superhelle Menschen wie mich. Einfach weil da auch ein bisschen Schimmer drinne ist, habe ich mir jetzt hier von Essence auch noch eins, oder mit einem Liquid Powder Fixed Mist, gekrallt aus einer N.E. Da ist auch so ein bisschen Schimmer mit drin, und das geht uns jetzt übers Gesicht. Und weil ein Glitzer im Setting Spray natürlich nicht genug ist, benutze ich auch ein zweites Glitzer im Setting Spray. Wuhu! Und zwar das hier. Ist das nicht pretty? Das macht leider manchmal so Flatscher ins Gesicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der Pumkopf ist ein bisschen tricky. Aber ansonsten, für so Elfenlooks, wie gesagt, ich mag gerne meine Elfen Glitzer, ist das super. Ich gebe zu, es ist die falsche Farbe, weil wir ja mehr so gold thematisch angehaucht sind, aber ist egal. Die Pause nutzen wir uns zum, ja, wie drehen und so. Ich glaube, wir machen jetzt erst das Gesicht fertig. Ähm, da habe ich mir jetzt einfach mal so ein paar Produkte gegriffen. Ich weiß nicht, ich finde der Browser hier ist sehr schön für helle Häutchen, ist auch aus meiner Liebe, das ist volles ehrliches Video. Das ist eigentlich nicht die Littatten, aber ich fand den irgendwie cute. Ich benutze ihn als Blush. Und damit schematisch zusammen Bars benutzen wir den hier als Highlighter. Und weil ich meine Haare tatsächlich benutzen werde und keine Brücke oder so, benutze ich auch noch den Gebrow in der Farbe Blond für meine Augenbrauen. Bisschen ist es so super unspektakulär, ne? Bis auf, dass ich einen goldenen Hals habe, können der Rest auch normale Make-Up-Routeine sein. Schön. Bei Blush betone ich besonders hier meine Apfelbäckchen. Pff, pff, nennen wir sie so. Das macht's mega schlimm. Und ich habe auch so ein ganz bisschen hier so an meine Nase gegeben. Es gibt immer so einen ganz cute Look. Manchmal sieht es aus, als ob ich Sonnenbrand hätte, aber manchmal ist es süß. Und sowohl Bronze als auch Blush habe ich jetzt, ja, ich sage jetzt mal gut portioniert, aber ich habe versucht, dass es nicht überdoll ist. Ich muss sagen, meine Base ist wahnsinnig unruhig. Ich glaube, dass sich die Foundation nicht so richtig gut mit dem eben hier verstanden hat. Deswegen habe ich hier manchmal irgendwie so unruhige Stellen. Aber es ist natürlich auch logisch. Also ich betone ja jetzt quasi die Hauptpore, die ich besitze. Aber normalerweise finde ich es trotzdem wirklich harmonischer. Also irgendwie hat es die Foundation in common mit dem... Ja. Kann passieren. Ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt die Augen und ich hoffe, dass ich das nicht bereue, dass das jetzt nicht überall hin vorlautet und zum Schluss es ganz furchtbar aussieht. Ich habe mir einmal hier von Acerja bei Belize die Norvina Palette gegriffen, die rosa, um genau zu sein. Ähm, weil ich so ein bisschen das Rosane gehen wollte. Da... Nehme ich auch nicht so genau. Benutze ich gleich einfach Farben und sage euch, welche ich benutze da. Und dann habe ich noch eine einzige MadGraft Palette gegriffen, die einfach so teuer war, dass ich eigentlich mal eine Schlegerklärung machen müsste für den Preis für sechs Lidschatten. Aber da ist so ein Gold drin. Dieses hier. Da ist es. Und das möchte ich auch benutzen. Ja. Und das werden wir jetzt tun. Okay. Ich habe jetzt einfach nur mit ein bisschen fluffiger im Pinsel diese Farbe hier aufgetragen. Ähm, hier außen. Und dann noch mit der Farbe hier ein bisschen aufs Lid und in Decrease. Und die Farbe, die habe ich auch an den unteren Wimpern ganz gerne gegeben. Und ich glaube, jetzt kommen wir tatsächlich schon mit dem Gold zum Gold, weil ich möchte das so halber halber machen quasi, dass das hier jetzt so Gold ausläuft. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Dann schauen wir jetzt. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich dieses Gold zu diesem Gold ist. Wie dunkel das hier quasi wirkt. Ähm, hier ist der Übergang bisschen arg hart. Deswegen gebe ich hier jetzt noch ein bisschen so Übergangs-Gold auf. In der Hoffnung, dass es ein bisschen ablindert. Aber es hat doch halbwegs geklappt. Ich hatte doch richtig Sorge, dass ich mir jetzt alles voll brösel. Und Rosen. Bisschen weißer Kajal auf die Wasserlinie. Und bisschen schwarzen Eyeliner oben drauf, damit man später die Lashes nicht so super deutlich sieht. Bevor wir jetzt die Schwimmpartusche und so machen, möchte ich mir noch so ein paar Detaillinien ziehen. Mit der Farbe, die ich hier unten benutzt habe, damit es in meinem Gesicht sich wieder ein bisschen widerspiegelt. Ähm. Ja, dazu nehme ich einfach. Das ist lustig, weil so ein Bastelpinsel, Malerpinsel. Aber der hat eine super süße Größe und das ist gut. Ich mache mal kurz zwischendrin Lippen. Ähm. Dafür nehme ich erst so einen Nudefarben oder einen Lippenstift. Das hier ist übrigens von L'Oreal, die Farbe 658. Und ich mag die eigentlich ganz gerne. Dann nehme ich noch einen roten Lippenstift und gebe den mir so ein bisschen in die Mitte von meiner Lippe. So. Und jetzt kommt noch eine Klausel. Den habe ich noch so weltmäßig neu. Ich bin gespannt, wie das jetzt passt. Cute, würde ich sagen. Passt eigentlich ganz gut, oder? Könnte noch ein bisschen pinker sein. Weil der hier doch pinker ist als klar. Aber süß. Süß. Jetzt fehlt eigentlich, ich bin fast fertig. Jetzt fehlt noch Wimpern aufkleben und Steinchen aufkleben. Diese Steinchen sind aus dem Action. Die haben mich auch für diesen Look inspiriert. Und die klebe ich auch einfach mild mit dem Kleber auf. So. Ich habe mich schon mal umgezogen und irgendwann aufgeklebt. Allerdings trocknet der Kleber noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen Alkohol gemacht mit dem Kleber. Das sind von Eldora die Fairy Doddy. Und die sind halt, also ihr seht's, ne? Kabums. Total hübsch für so Fantasy Looks, wie ich finde. Und tatsächlich im großen Ganzen war es das jetzt schon. Ich ziehe mir jetzt mal noch meine Oerlines auf und mache mir die Haare. Und dann sehen wir uns vielleicht für den fertigen Look. Tadaa. Ich gebe zu, meine rot gefärbten Haare, beziehungsweise rot-orosch gefärbten Haare, die oben hier im Snowhell sind. Die passen jetzt so mäßig ins Gesamtkonzept. Ähm, aber alles in allem ist cute, oder? Kann man, kann man machen. Also wenn ich davon mit rausgehen wollen würde, ähnlich wie mit dem Primer, müsste ich hier diesen lustigen Ringwasser feststecken. Der hängt jetzt nur an so zwei Klemmerchen. Ähm, das wäre so ein bisschen dümmt. Meine Öhrchen, das war auch eine kleine Herausforderung. Ich habe jetzt entschieden, sie nach hinten weg zu machen. Und dass man sie quasi so durch sieht. Ja. Wie ist der Bescheid? How to turning into elf. Oder so ähnlich. Ich hoffe, das Videobuch Get Ready With Me, ein bisschen anderer Art, hat euch trotzdem gefallen. Und falls euch mehr so Fantasy-Looks oder auch ein bisschen Horror, Gore, Gedönse interessiert, dann schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Weil da mache ich jetzt noch Bilder und mache TikToks. Auf TikTok bin ich immer aktueller als auf Instagram. Also vielleicht eher auf TikTok. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut!